Warte! Die Rastnähe ist ein bisschen weg. Aber sie hat sie wieder. Rastbein. Gut. Das war zu langsam. Und zwar schräg vor. Und zwar schräg vor. Ja, aber super. Es waren nur zwei Schritte gelaufen und drei sollte sie. Wirklich, man muss genau arbeiten. Richtig genau. Ganz eng. Super. Ganz eng. Super. Wenn sie schräg machen. Nein, das hat sie ja auch. Es soll sicherst bleiben. Denn es muss nicht nur sehen. Es ist egal. Es ist so. Es hat auch jetzt noch die. Das muss die wiedergeben. Aber es reicht nicht. Folge dem Pfeil. Was ist rechts? Das war es jetzt eben. Hast du gemerkt? Schön, schön, schön.